Ich möchte gerne herausfinden, welcher Bruch größer ist. Zwei Drittel, dieser hier, oder drei Sechstel. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber eine gute Möglichkeit ist, zeichnen. Ich zeichne mir mal ein Rechteck, das ich gut in Drittel und gut in Sechstel teilen kann. Da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme mal ein Rechteck, das sechs Zentimeter auf der einen Seite lang ist und drei Zentimeter auf der anderen. Ich habe die drei Zentimeter gewählt, um die eine Seite gut in drei teilen zu können. Und die sechs Zentimeter habe ich gewählt, damit ich die andere Seite gut in sechs Teile teilen kann. So, also teile ich das Dreieck schon mal in drei Teile. Jedes Teil ist ein Drittel. Und der Bruch zwei Drittel. Naja, das sind zwei davon, also so viel. Gut, jetzt brauche ich noch drei Sechstel. Also teile ich das ganze Rechteck in sechs Streifen. Und man sieht schon, es entsteht ein Karo-Muster. Also kleine Kästchen. Die werden gleich noch eine Rolle spielen. So, hier habe ich also jetzt ein Drittel, ein Drittel und ein Drittel. Und hier habe ich die Sechstel. Ein Sechstel, noch ein Sechstel und so weiter bis zu den Sechsechstel. Und jetzt möchte ich ja gerne hier drei Sechstel wissen. So, die nehme ich mir mal hier vor. Ich sage mal hier, eins, zwei, drei Sechstel. Das sind so viele. Okay, also drei Sechstel ist dieses Teil. Ich sehe, es ist genau die Hälfte. Und zwei Drittel ist dieses Teil. Und ich sehe, es ist etwas mehr als die Hälfte. Also kann ich jetzt schon sagen, dass zwei Drittel mehr ist als drei Sechstel. Aber wenn ich es jetzt ganz genau wissen will, dann kann ich gucken, wie viel von diesen kleinen Kästchen sind denn entstanden. Eins, zwei, drei mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also jedes der kleinen Kästchen ist ein Achtzehntel. So, und jetzt kann ich gucken. Drei Sechstel. Das ist ja dieses Stück. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Achtzehntel. Das ist die gleiche Fläche. So, und meine zwei Drittel, das sind ja dieses Stück. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Achtzehntel. Und das ist genauso viel wie zwei Drittel. So, und dadurch habe ich jetzt herausgefunden, dass zwei Drittel auf jeden Fall größer ist als drei Sechstel.